Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, ich habe aktuell Schwierigkeiten mit OBS, deswegen ist aktuell eher so immer kurz vor knapp jetzt mittlerweile auch genommen wird, weil ich irgendwie versuche das auch für Streaming hier fertig zu machen, dass man mir auch auf Twitch zusehen kann, wie ich dann da gewisse Spiele spiele, aber OBS will nicht so richtig. Aber wir wollten hier ja auf Mirkwood rausfinden, wo das ist. Okay, Stormhold, oder Sturmhafen, müsste genau hier im Norden sein. Warte, bevor wir dahin reisen, erstmal gucken, haben wir überhaupt noch alles schon wieder bei uns, was wir brauchen. Die Rüstung haben wir komplett drauf. So, hier haben wir alles. Ja, okay, wir können darüber. Dann können wir die Reise los beten. Und dann ab nach Stormhold. Sieben Tage, das schaffen wir wohl. So, you have arrived in the city-state of Stormhold, in the Blackmarsh-Province. Kennen wir alle schon. So, dann suchen wir hier mal die Magier-Gilde. Äh, genau hier. That's southeast of here, last time I checked. Okay, südöstlich, das ist Westen, da lang. Und dann schauen wir mal, wo die... Sind das die schon, oder so ein Tempel? Das ist ein Tempel. Ah, sind sie schon. Da müssen wir hin. Und dann fragen wir mal nach, wie das denn aussieht, soweit, mit, äh... Hier, äh, mit der Quest da. Das ist wahrscheinlich der falsche Magier. Müssen wir wahrscheinlich eine andere Tür finden. Ja, da hat es wieder geruckelt. Nee, das... Das müssten schon die sein. Oder warte, haben wir die Quest? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die vielleicht sogar schon haben. Wo ist denn die letzte Seite? Alter, wie die Quest, wie ich schon hier gemacht habe. Okay, haben wir nicht. Äh, da müssen wir mal hier fragen, wer hier Bescheid ist. Beziehungsweise, äh, bezüglich hier in Magwood. So. I heard that the priest of the conclave of Baal in Stormhold, now the location of Magwood. It hold that a dear secret. I doubt they will tell you the truth, unless it's for the right price. Okay, conclave of Baal. Dann suchen wir mal, ist ein Tempel. Und Clave auf Baal. Na, auf auf hier. Gut, und... Los darüber. Ich vermute, das sind die hier. Wo ist denn die Tür? Da haben wir so conclave of Baal. Und rein da. So, werter Priester. I, my child. I knew the way to find the relocation of Magwood, the dark forest that ever moves, for I am Eidolon Lancaster, leader of the conclave of Baal. Thought it is a dire place, it is said that many items were lost within its swarms and box. Alice, I fear its secrets will rest forever now. You see, a few nights ago, one of our initiates, thinking to impress his masters, triggered a spell of massive destructive potential. Thought the senior brothers tried to dissipate it. They were not able. The best they could do was to channel its power into the very earth itself. Needless to say, the backlash was terrible, collapsing much of the vault of Jamin. The site this unfortunate apprentice had chosen to cause his spell. The stone tablet that held the key to the location of Magwood fell with much of the vault, deep below the earth. I dare say it is last forever unless. If you would be willing to venture into the collapsed vault and try and recover the table, I would be happy to disappear the location of Magwood and inscribe it onto your map. You would have to return the table to me first. However, will you agree? Na, natürlich, dat machen wir. You are doing a great service to the conclave of Baal. I will not forget it. Be careful, however, But we have heard strange noises issuing forth from the dark caverns below. When you have retrieved, I don't know how to speak it. The table, return to this place, I will await you. Boah, my English is also really bad today. But still OBS is still working. I really have to worry about my OBS for a week since I have to worry about my OBS. Weil der mir immer wieder abschmiert. Und wieder hier einfriert und so weiter. Dass Streaming und Aufnahmen funktionieren nicht. Ich glaube, das ist auch euch schon aufgefallen. Aber, ja, ich weiß auch nicht, was ich da so recht machen soll. Labyrinthens verclared. Wards of Jimin, da wollten wir hin. So. Und los. Hier machen wir aber auch vorher erstmal ein Save Game. Auf die 2. Für den Fall sollten wir drauf gehen. Ja, ich höre schon die ersten Monster. So, Shielding wollen wir auf jeden Fall auch aktivieren. Hier geht es nicht weiter. Ah, ich habe schon was gesehen. Hier wieder so ein Homunculus. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wo ist denn der gewesen? Aber der hat uns ordentlich hier das Shielding kaputt gemacht. Und noch den. Sind das Zombies? Ich habe vergessen, was diese Geräusche war. Die wissen wir auf jeden Fall. Die Höllenhunde. Sieht nach nichts wirklich was aus hier. Nur, dass ich Höllenhunde höre. Okay, hier zu sein hat es mir jetzt nichts gebracht. Aber da war noch eine Tür. Irgendwo. Ah. Jo, mach mich kaputt. Äh. Interessantes Bild gerade. Nochmal das. Und nochmal. Hier Ding. Ah, da ist der. Der ist mir doch schon hinterher geflogen. Und woher kommt ihr zwei jetzt? Alter, die machen mich hier aber alles kaputt. Mein Shielding funktioniert auch nicht mehr richtig. So. Hier haben wir gleich rechts noch eine Tür. Natürlich. Hat mir auch voll viel was gebracht, hier zu sein. Oh. Hat mir voll was gebracht, hier zu sein. Ist hier eine Tür? Geheime? Hinter der Wand wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Oh. Er schreckt mich nicht. Alter. Der hat mich aber echt erschrocken. Nochmal Shielding. Und hier True. Und nochmal. Uh. Da ist ja noch einer. Hier vielleicht nochmal kurz ein Save Game machen. Dann trinke ich eben auch nochmal einen Schluck. Ich drücke auch nur die falschen Tasten. Also wo ist denn der da? Achso, das waren die Knochen. Okay, hier gibt's nichts. Da kommen wir eh nicht hoch. Das ist eh zu eng. Um da rumzulaufen. Das heißt dann... Och, nee. Das Ding war das. Die Steingolems. Ich hasse die. Die Steingolems sind meiner Meinung nach hier die schlimmsten Gegner. Was soll das hasten? Wir sind gleich wieder diseased. Ich seh schon. So, Zombie hat nichts. Boah. Und ja, dieses Schattengeist hier. Hier. Nochmal dis. Und... Nehmen wir ja die Heiltränke mal. So. Okay, Obias läuft noch. Aber ich muss immer wieder drauf gucken. Um mich zu vergewissern, dass es noch läuft. Und dass er mir nicht hier abschmiert oder so. Was sind wir genau? Ah, okay. Wir sind hier jetzt weiter. Und wir haben hier noch was übersehen. Oh. Der kommt auch raus. Nichts. Hier gibt es sonst nichts. Oh, und der läuft mir hinterher. Schnell das. Und... Bis. Ich vermisse die Goblins, die wir ganz am Anfang hatten. Hier ist noch eine Tür, aber hier muss er auch bestimmt noch irgendwo da gehen. Ui. Alter. Warum sind nicht hier so viele starke Gegner? Hier war auch noch gerade irgendwo einer. Oh. Schnell wieder Shielding aktivieren. Und... Und... Noch ein paar Heiltränke. Saufen. So. Die Frage ist zuerst... Ja, komm, wir gehen zuerst hier rein. Und dann hier. Immer diese Steindolems. Ich hätte wirklich langsam gerne mal auch andere Gegner. Ach, hinter mir ist auch noch einer. So. Ui. Ui. Okay, hier haben wir fertig. Das heißt, auf die andere Seite. Ja, wir gehen erstmal Richtung Norden. Schauen, was es hier gibt. Alter. Was übertreiben die so mit den Steingolems hier? Wirklich? Ich bin andauernd nur Shielding und Healing. So, Shielding auch noch einmal. Komm. Wird auch nichts. Ich wollte schon sagen, es ist da hinten wieder einer. Aber hier geht es auch nicht mehr weiter. Also können wir weiter Richtung Süden. Oder doch nicht. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück. Mit der Wahrscheinlichkeit, wieder Steingolems zu treffen. Ah, ich will nicht. Ja, da haben wir schon mal einen. Dem ist auch mein Shielding egal. Zwei Schläge, das Shielding ist durch. Ja, genau. Schnell. Wieder nochmal Shielding. Und Healing. Da ist schon der nächste. Ach, nö, gleich zwei Stück. Komm. Alter. Aber hier gibt es auch nichts. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein Save Game auf die zwei. Ich tränke eben auch nochmal wieder. Und los. Es bringt mir gar nichts, hier zu sein, wo ich jetzt gerade umlaufe. Keine Schätze, gar nichts. Nur Steingolems. Ja, genau. Genau. Haben wir einen gefunden. Ach, nee. So. Und. Hier ist eben noch einer. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal hier rein. Boah. Hab ich mir hier zerschrocken. Alter. Okay, noch sind wir auch nicht diseased. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir genau hin? So, hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier an den Steingolem vorbei, der hier irgendwo sein soll. Oh, dann nehmen wir hier an diesen Geist. Ja. Nein. Das. Wo ging es hier weiter? Okay, hier Richtung Norden. Oder doch nicht. Das ist ein echter Irrgarten hier. Wo muss ich hin? Ich sehe da schon welche. Ja, komm. Geh einfach drauf. Und nochmal. Tschüss. Schilding wird auch nicht mehr lange halten. So, erstmal ein bisschen geradeaus. Und dann wieder rechts. Ja. Ja. 44 gold immerhin endlich mal einer der roboter sinnvolles bei sich hat so wieder heal true dann noch ein bisschen so healing und noch mal shielding hier übrigens mir auch nichts hier zu sein ja wo müssen wir hin eigentlich der ganze weg gerade hier unnötig ich stecke hier fest da war zwei da jo mein leben ballert er mich einfach kaputt hier durch die wand so noch mal ist so und shielding dann schauen wir mal wo wir hin müssen hier erstmal vielleicht weiter nach süden ich hoffe dass der richtige weg so wir laufen jetzt einfach querfeldein durch in der hoffnung dass wir vielleicht den richtigen weg finden ich hasse diese level auf der 2 hat nur gespeichert wo waren wir auf der 2 ja und hier so noch mal shielding und hier trug hätten wir vielleicht nicht so durch waschen sollen war das schon hier ja oder ne doch nicht nein nicht zu ihm den können wir gerne kaputt hauen hier komm so dann noch mal das und das aber diesmal haben wir keinen mit 144 gold wir gehen aber erstmal hier rein den machen wir kaputt nein 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 schnell hier war doch noch einer irgendwo äh wo ist denn der hä oh hat er sich selber ausgeschaltet hier vielleicht ein kleines save game machen auch nochmal auf die 2 so die tür oder die tür das ist jetzt die frage das war ja im aber von wenn ich das war ja ganz schnell ganz schnell nom Der hat nichts und der hat nichts. Dann schauen wir mal wo wir hin müssen hier gibt es nichts außer diese tür ich höre hier schon jemanden irgendwo da ich wollte schon sagen nein 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 hier alter was macht er mit mir 23 ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank dass ihr mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao und so 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 Untertitelung des ZDF, 2020